hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von mein ecohof es ist noch nacht das heißt wir werden jetzt noch kurz hier diese ebene vervollständigen mit wie auch immer das lager hier rein muss und dann würde ich sagen wir bauen hier die schmiede wir riskieren einfach mal denn wenn dann erst mal die schlacke sich in der welt ausgebreitet hat unsere felder umkippen und so weiter was gelernt aber ich glaube wir sind auf jeden fall tief genug meine 20 oder so oder 15 und haben wir auf jeden fall nur nach oben hin das einzige was jetzt nicht so genau weiß ist zum wasser hin ob wir weit genug vom meer da unten weg sind da gucken wir mal eben und dann müssen natürlich eine professionelle ummantelung machen also von dem wasser ist immer auf jeden fall weit genug weg von dem meer hier auch so wie es aussieht wird dann diese abraum halte direkt unter unserem haus sein also wer schon mal immer mal das gefühl haben wollte ich habe ein atommülllager unter meinem haus der kommt jetzt hier bei gardero auf seine kosten übrigens ist meine hacke auch kaputt gegangen habe ich gerade gemerkt und wir arbeiten weiter in unserem leveln ich hoffe ich komme überhaupt noch hoch aber ich glaube die brauchten wir gar nicht wir brauchen noch so ein bison oder so also wir sind auch weit genug vom wasser weg das kann man auf jeden fall schon mal sagen also da ist schon mal kein Problem was mich gerade ein bisschen irritiert ist dass ich keine skill punkte dazu bekomme ist doch was kaputt merkt ihr das auch ich hätte schon längst wieder ein neues killpunkt haben müssen ohne ohne nicht dass der spielstand kaputt ist das wird ja gerade noch so dann gehen wir mal auf die reise das problem ist jetzt wenn wir jetzt hier so auf die reise achso wir wollten noch eben die bretter für den wagen einpacken eins brauche ich davon glaube ich und dann haben wir auch einen großen wagen dann können wir da noch größere umformungsaktionen machen aber wenn ich jetzt keine skill punkte bekomme aber der balken geht sehr langsam aber bekomme ich wenn der balken einmal durchgekommen ist dann 33 skill punkte das ist aber auch komisch ich glaube elche haben wir dann genug müssen wir noch einen büffeln müssen wir dann glaube ich wo ist er denn konibert wir können auch glaube ich auf der map gucken wo guckfeuer ist und so aber das ist schon ein bisschen entschieden und bevor wir auf reise gehen sollten wir noch was essen und zwar sollten wir auf jeden fall noch hier so ein bisschen von dem proteine ist natürlich kein hochwertiges essen jetzt gewesen haben wir so viele von müssen wir vorher noch ernten gehen gut dann würde ich sagen naja wir können ja mal gucken ob man das auf der map sehen kann die ist ja auch überarbeitet worden wir sind auch hier gerade schön bei so einem elchgebiet also das wäre jetzt nicht das problem mhm bei ihm feuchtigkeit pflanze planet pollution also haben wir ja eigentlich nichts gemacht was irgendwie hier ne nur mein getrampel das kann man hier sehr schön sehen so aber ich sehe hier auf anhieb nichts wo wir irgendwie sehen können wo die ressourcen sind wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo aber lassen wir mal erkunden gehen das ist das neue beleuchtungsmodell ich bin ganz ehrlich sagt mir jetzt noch nicht so hundertprozentig zu wenn ich ehrlich bin ja und da schleppen wir gleich so 20 blöcke die ganze zeit von unserer nase rum ach hier oben war unser neuer wald auch und da haben sie auch ein paar neue elche angesiedelt guck mal hier lassen wir auch erstmal sich weiter populieren also wenn ich sehen kann was das ist ne bisschen blöd oder kann man das sehen ne das ist auf jeden Fall kein kupfer das ist Eisen oder so ne da unten sieht es so aus als wäre da so ein ach guck mal hier ja das sieht doch gut aus das ist kupfer das ist kupfer Problem ist nur wir müssen das ja jetzt irgendwie so einlagern ach da haben wir ja hatten wir nicht eigentlich so extra so ein lager jetzt unter dem einen haus wieder gebaut um ich komme total übereinander wir gucken wir gleich mal wir hatten noch extra so ein lager jetzt unter das haus gebaut damit wir ähm so baumaterial die wir brauchen also steine und weißt du diese ganzen kram hatten wir da nicht extra was gebaut dann können wir nämlich mit unserem neuen karren können wir auch hier rauffahren und die sachen mal holen dann müssen wir noch ein paar straßen bauen es ist überhaupt kein Problem die Natur hat das schon so vorgesehen dass wir hier unsere unsere Teerstraßen hier mitten durchziehen tut dir nix ich habe eben deinen Freund angeschossen das tut mir schon mal leid genug so jetzt läuft gleich der Balken durch wenn wir dann keine drei sind dran dran dass die Punkte bekommen dann weiß ich es nicht ach ich wusste gar nicht dass es gemeinfrei ist das Qualitu Adeline oder wie auch immer das noch heißt ja guck hier siehste genau das meinte ich nämlich fantastisch jetzt brauchen wir noch Erz und dann müssen wir dem Tisch da oben Zugriff geben äh jetzt ist der Balken einmal durchgerannt jetzt habe ich einen Skillpunkt bekommen also irgendwas ist da komisch für was ist denn dieser Balken ist das Erschöpfung? ne ich bin grad voll verwirrt ähm das ist ja echt merkwürdig ja ich hab mir gedacht ich setze mich ans Klavier wie gesagt und spiele euch mal ein schönes Lied bei diesem hemmungslosen Beat äh smelting ja weg achso wir bauen jetzt noch diese komischen Klappersteine und Holz äh ok stellen wir hier her und Holz Tunelock um genau zu sein ist auch interessant wie was für eine Auffassung dieses Spiel von deutscher Sprache hat die Merkel muss weg so warte mal 10 waren das glaube ich weil dann können wir nämlich schon mal die Schmelze dann haben wir nämlich schon mal ne dann arbeitet das schon mal das dauert ja auch immer einen Moment ja das mit dem Skillpunkt das macht mir grad ein bisschen Angst das geht auch viel schneller hm wo ist denn jetzt der Wagen hin das ist jetzt ein großes ne ich würde hier noch was schönes bauen jetzt rampen handflug tilz zu viel vor fahren ist auch total geil eigentlich ne ja Powered Card naja da sind wir ja noch ein bisschen vor weg aber das ist genau so nur halt größer und das ist ja auch ein großer und dann haben wir noch den kleinen gut ja unser Dorfplatz eigentlich auch schon sehr schön geworden wollen wir denn nochmal in den Bison jagen gehen oder was fehlte da noch äh hier Tailoring können wir auch lernen da müssen wir noch ein paar Bäume füllen also Häschen brauchen wir noch und einen Bison das könnten wir mal solange noch Tag ist können wir das mal eben machen aber habe ich ich meine das hätten wir doch schon ich bin es tut mir leid alter man Butchery Skillbook ist das Standardbuch und das haben wir doch schon genau jetzt geht es drum was brauchen wir für das zweite Mann Cooking Skill haben wir ja Farming oh das bringt mich ja alles so durcheinander wir haben das ist Advanced Butchery Farming Engineering so also Farming ist klar Battery ist klar Campfire Cooking und Basic Engineering Mühle könnten wir machen Smelting ist gerade in Arbeit oder beziehungsweise ist oder beziehungsweise ist ist jetzt in Arbeit dauert 14 Minuten okay aber Cooking Skillbook wir haben doch Cooking Skills Advanced Campfire Advanced Campfire kann man denn nicht irgendwo sehen wer das schon hat das wäre halt sehr schön wenn man das irgendwo sehen könnte hm Jut aber das irritiert mich gerade voll Chef Advanced Cooking müssen wir lernen Advanced Baking haben wir auch nicht gelernt das haben wir gelernt Cooking müssen wir also hier kann man es wahrscheinlich am besten sehen Carpenter Engineering so wir sind jetzt hier bei Smiths und Smelting und hier sehen wir das wird gerade hoch das wird gerade hergestellt heute gibt es Hirschragow glaube ich so äh das heißt eigentlich hat mich der Ehrgeiz mit der Mine gepackt ja ne dass wir das mal eben fertig machen wo wir gerade mal hier sind denn wir lernen jetzt die Schmelze zu bauen dann passt das ja so dann wäre jetzt hier wieder wir haben das gemacht wir haben immer hier eine herangesetzt und dann über Kante ne dann waren das 5 immer ne also 1 2 3 4 weil das mit dieser Lampe hier das funktioniert auf jeden Fall auch hervorragend also da bin ich super von begeistert 1 1 1 1 1 1 wir haben ja ganze Livestreams gemacht wo ich nur in Minecraft nur in den Bergen unterwegs war und darum gegraben und eure Kommentare beantwortet habe also ihr überlebt das schon wir haben sogar noch 2 Bracers dabei ich bin schon so ein Klötzchen was wir auch nochmal brauchen könnten wären Stufen aber ich glaube wir haben hier keine wir könnten Holzstufen machen huch ja ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen für diese Folge in der nächsten werden wir nochmal gucken dass wir da unten noch ein paar Stufen reinbauen auf die richtige Höhe kommen und dann werden wir die Schmiede bauen und die Elche in Ruhe lassen bis zum nächsten Mal tschüss bis bis